Hallo Kinder, hallo liebe Eltern, meine Buchempfehlung für diesjährige Kinderbuchmesse kommt von Oliver Talek, das ist eine kurze Geschichte über ein Eichhörnchen, der alles für sich haben wollte. Ich habe für euch erstmal einen Vorspann, was ich gedreht habe draußen in Basel in meiner Pause und das könnt ihr euch erstmal angucken, bevor ich dann nochmal mehr Informationen über das Buch gebe. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Vorspann. Das ist ja auch nochmal so ein Zeichen, wie die Natur funktioniert. Ja, also diese Eichhörnchen wollte alles für sich haben und der zeigt sogar, das ist alles, was... Alles will er haben, er will seine Zapfen haben, er will den Baum für sich haben und er würde für alles sogar eine Mauer bauen und was er hinter der Mauer findet, das könnt ihr in diesem Buch entdecken. Das ist mein Baum von dem Verlag Gerstenberg von Oliver Talek und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Buch.